Norddeutscher Rundfunk 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 Das ist ja nicht voll zu mittler. Da haben solche Frauen gefälschtes Zähl und die dann die Zahlen wieder nicht. Was für ein Zettel? Ich möchte nicht, dass du nicht drinst. Ich möchte nicht, dass du nicht drinst. Möchtest du das bitte? Ich bin hier drauf. Loschst du das bitte? Hey! Hachst euch weg! Möchtest du das bitte? Was ist das löschen? Was ist das für ein Zettel? Ich weiß ganz genau welche Zettel. Was ist das für ein Zettel? Nein!